Ja, hallo? Ja, hallo, Clef von Clef & Clef. Der italienische Marmor ist jetzt endlich da. Wir könnten im Prinzip also sofort liefern. Ich hab auch nichts bestellt. Es geht um den Marmor. Ja, den bestellten. Da sind Sie aber hier falsch verbunden. Meine Kollegin hatte doch vor einer Woche mit Ihnen telefoniert. Ja, das ist doch völliger Unsinn. Oder vielleicht mit Ihrer Frau oder Freundin? Das ist völliger Unsinn. Ach, meine Kollegin Frau Hühnerschmidt, ich glaube es nicht. Nie macht die irgendwas richtig. Ich hab ja einen Zettel, auf dem steht Marmor und Ihre Telefonnummer. Mehr nicht. Und meine Telefonnummer. Da sind Sie aber völlig auf dem falschen Dampfer. Tun Sie mir einen Gefallen, dass ich das jetzt auf die Kette kriege und bleiben Sie kurz in der Leitung, ja? Nee, ich bleib überhaupt nicht in der Leitung. Okay. Nee, ich bleib nicht in der Leitung. Einen Moment. Sie werden gleich weiter verbunden. Hühnerschmidt? Wer ist dort? Wie ist dort? What? Everybody gets loud! Let's go! Go! Let's go! Make it high! Come on! Let's go! Rock! Let's say what! Let's go! Everybody gets loud! Let's go! everybody get slow! Bis zum nächsten Mal.